So, hier bin ich wieder. Kurzer Check. Perfekt. Passt. Passt das Spiel auch? Perfekt. Passt. Passt auch. So. Gut. Dann gehen wir jetzt mal... Oh, meine Frise. Ich muss zum Friseur und nachfärben muss ich sie mir auch. Und falls es einer denkt, nein, ich mache ja kein Off-Riso, nur in grün. Ich habe grüne Haare schon seit 13, 14 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange Reso blaue Haare hat. Auf jeden Fall mache ich kein Off-Riso in grün. Nur mal, um das klarzustellen. Falls mal einer auf die Idee kommen würde, das zu denken. Den Zahn ziehe ich euch gleich. So. Habe ich denn eigentlich... Da haben wir nichts. Fertigkeit. Ach, einen haben wir. Einen Fertigkeitspunkt haben wir noch. Ja, das könnte man mal machen. Weil... Den hätten wir auch noch mal ein bisschen pimpen können, mein Golem. Aus Erde. Such, wo kommt der jetzt her? Ich dachte, der wäre unten gewesen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in den Friedhof. Was muss ich denn überhaupt beim Friedhof machen? Töte Blutrabe. Alles klar. Aber ich habe nur ein Skelett. Wo ist denn ein zweites? Ja. Dann kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Jetzt noch was. Da ist der Blutrabe. Ich werde mal sehen, ob du mich wenn nicht du bist hier. Bist du stehen? Ja. Nein, nein, nein. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen hier. Komm her. Komm schon. Jetzt ist er gleich da. Oh Mann. Was? Wie ist denn der jetzt? Grüß dich, Dave. What the fuck? Verbindung wurde unterbrochen. Sind die Server jetzt vollständig in die Knie gegangen. Alles gut bei dir, Dave? Bei mir jetzt gerade nicht mehr. Ich habe den Fass gehabt. Spielen. Privat. Kann es jetzt nicht sein, oder? Blizzard, mach keinen Scheiß hier. Das dauert mir schon viel zu lang. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Ja, bei mir ist alles cool. Das freut mich zu hören. Das ist immer schön, sowas zu hören. Bei der Kommunikation mit dem Spielserver ist ein Problem aufgetreten. Bitte Internetverbindung. Prüf mal ein Haltversuchung. Meine Internetverbindung ist fine. I'm streaming, bitch. Oh. Offline-Spiel will ich jetzt auch nicht machen. Ey, das ärgert mich jetzt. Ey, das kotzt mich jetzt an. Gibt's doch nicht. Nive-Ticker. Server-Probleme zum Start. Der Endpost ist schon tot. Heute, am 23. September, startet die Upload 2 Resurrected. Das im Jahr 2000 erschienene Spiel ist dadurch als Remastered-Version erstmals nicht nur auf PC, sondern auch auf Xbox, Playstation und Switch spielbar. Mein MMO begleitet den Release für euch live und berichtet über Start und möglicherweise anfallende Probleme. Ich hab grad eben den neuen Song zu As I Lay Dying gehört. Bin Instant Ready, um Kinder zu zeugen. LOL, okay. Hast du auch jemanden da, um Instant Kinder zu zeugen? Wenn nicht, wäre das ja doof. Sonst musst du Mütze Glatze herhalten, oder? Ey, das nervt mich jetzt hier. Ja, aber ich hab keinen Offline-Charakter, Bitch. Und? Hast du jemanden da? Dein Ha-Ha klingt jetzt nicht so. Äh. Mr. Lama, der größte Jappos-Filmer der Welt, als auch einige seiner Kollegen, können sich ebenfalls nicht einloggen. Die Server-Probleme betreffen oft bei weltweit etliche Fans. Ja, das ärgert mich jetzt. Was sagt Go-Burt? Mal reinhören. Ich hab's hier machen. Lauter Grumpy-Bilder von allen Leuten, die immer wieder rauskriegen und dann reinkommen. Stehen die dann an Blizzard und sagen, so sieht eure Spielerschaft aus. Die ihr schwer enttäuscht habt. Also ich hab... Ist schon schimmelig, wenn jetzt die Server krachen gehen. Aber auf jeden Fall. Ich mein, äh, sie sind ja gleich von Anfang an eigentlich in die Knie gegangen. Also viele können sich gar nicht einloggen, oder konnten sich gar nicht einloggen. Ich hatte jetzt Glück, dass ich instant um fünf gespielt hab. Aber dass ich jetzt rausgekickt werd, ist natürlich mega assi, sag ich dir. Das ist jetzt mega assi. Muss erst mal den Song verkraften. Alles klar. Dann verkrafte den mal. Ich send dir Energie. Zum verkraften ist der Gruppe noch. Also ich hab jetzt überlegt, ich werd jetzt nach dem Baden noch mal probieren, ob ich reinkomm. Und wenn das dann nicht klappt, spiel ich halt offline. Dann mach ich mir dann vielleicht ein Negro. Einfach nur so, damit ich mal ein bisschen spielen kann, den Negro halt. Weil ich ja online eh nicht nutze, weil du ja Negro spielst. Ja genau, ich spiel den Negro. So. Ey, das ist jetzt... So. Mega assi. Das ist mega assi. Ähm... Bahl, der Endboss für Diablo 2. Lord of Destruction ist gefallen. Die ersten Gruppen machen sich nun an den Albtraum-Modus. Das Spiel ist ein geilem Cool-Level. Und das schon eineinhalb Stunden nach Start? Ah. Das ist übel. Eineinhalb Stunden nach Start des Spiels schon tot? Ja, da hat wahrscheinlich einer seinen alten Spielstand genommen. Ja, es... Es ist blöd hier. Was schreibt Blizzard selbst? We are investigating an issue that is causing delays in game creation. Ah. Ah. Ja, das ärgert mich jetzt. This is literally what happens when any online game launches. I don't know how people are still surprised at how Zero Scaling works. You can play offline. Multiplayer was always a bonus. Ja, also, Blizzard, das ist echt nicht cool, was er hier macht. Das ärgert mich jetzt mega, sag ich dir. To address game creation and character issues, we'll undergo unsituled maintenance at 10 MPT. Ah, okay. Okay. Das wird jetzt wahrscheinlich sein. Dann muss ich mir mal an Grobot Bescheid sagen. Jo, Grobot, wenn ich diesen Tweet jetzt hier richtig lese, bin ich jetzt rausgeflogen, weil sie jetzt die Server mal offline genommen haben. Und sie sollten in 30 Minuten wieder online sein. Ja, dann heißt es für mich jetzt hier erst mal 30 Minuten nur rumlabern. Das ärgert mich jetzt. Das ist... Was ärgert mich? So, was schreiben die noch? Isn't this what the beta-alpha-tests were for? To ensure the servers don't die? Ja, I think so, too. Come on now, we all know this, how a Blizzard launch goes. That would make too much sense for them to do all the testing beforehand. Evil is back. Error. 37. But the servers are busy. Das ist ein cooles Picture. Boah. Verbindung zum Server kann nicht aufgebaut werden. Ah, jetzt haben sie es wahrscheinlich... Ach so, genau. So, Verbindung zum Battle-Net will aufgebaut. Ja, das geht gar nicht. Okay. Ich will aber keinen Charakter... Ja, das ist meiner. Genau. Mit dem will ich spielen. Jetzt. Nicht später. Ja, das wäre mega mies. Aber ich habe gesehen, meiner war jetzt noch so wie er war. Oh, Mann. Many people can't even launch the game. Nothing happens when they click the play button. When are you going to address the issue? Roll back everyone's characters. World's first race is unfair to those who didn't leave their first game. They got to continue all their way to Baal. But anyone who for example killed Contra's in Act 1 and they locked out got stuck there in 2. Hmm. Das ist jetzt mega ätzend. Das nervt mich jetzt hier wirklich. Ja, gut. Dann gibt es jetzt halt nur das Setting mit ein bisschen Background-Gedöns. Also, Background-Musik hier. Mann, ärgert mich das jetzt. Mann. Sorry, Leute. Für die neuen Zuschauer, die jetzt reinkommen. Wir kommen nicht mehr ins Spiel. Gut, Blizzard hat auch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, die Server mal für eine halbe Stunde runtergefahren. Weil die Server überlastet waren. Welch ein Wunder. Welch ein Wunder. Wer hat damit gerechnet, dass dieses Spiel einen riesen Ansturm haben wird? Also, ich habe nicht damit gerechnet. Nein. Überhaupt nicht. Arkasmus-Schild. Hmm. Probier's einfach. Offline-Charakter will ich jetzt nicht erstellen. Dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Will ich jetzt nicht. Will ich jetzt überhaupt nicht. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Das ist richtig assi sowas. Ich wurde ausgerissen. Nein, ich komme nicht. Ja. Viele Leute werden ausgerissen. Ja. Mal gucken, was Blizzard wieder schreibt. Ich habe etwas gesehen. Die Ruhung-Spiele ist sehr schnell. Das ist in der alten Version. Nein, es ist das gleiche. Du kannst zwischen alten Version und neuen Version. Also. Alle neuen. Ruhung. So 15 Minuten ist das her. Ich öffne das jetzt mal in Twitter selbst. Welchen Akkampen bin ich da online? Das ist so ein Offline-Blade-Shot-Remain. Also, ja, das weiß ich doch. Mit App öffnen. Mach mal hin, Blizzard. Ich will kein Ding schreiben. Ich will die Comments lesen. Ähm, Rollback ist scheiße. Und, äh... Why did I test on the Beta only for y'all to cuck me on release day like I'm a kid again? Ja? Ja. Ja, jemand schreibt, nicht das was die Beta-Alpha-Tests war für, um die Server nicht zu sterben? Kann ich mir mit das helfen? Kann ich dir helfen? Du musst näher kommen. S. In der Klosette ist M. Wir haben einen zweiten. F in den Chat für die Server. Eher. Da hast du recht, Dave. Großes F. Äh, irgendwo auf der Seite. Ne? Ne, auf der Seite. Ne, auf der Seite. Ne, auf der Seite. Wieso auf der Seite? Hehehe, jemand schreibt, Zeit, um meinen Bogen zu schlafen, ich glaube. Ja, das ist eine gute Zeit, seine Bogen zu sauber zu machen. Ja, das ist sie. Dissere Zauber ist nicht richtig, Sie halten. Da muss ich die Klosigkeit nicht ganz schön beschreiben. Da müssen aber sonst noch nicht Hype. Ja, nun geht es gut. Jetzt kann ich die Klosigkeit. Ich werde es jetzt so lange probieren, bis es geht, jetzt muss ich nicht erst mal wieder richtig in den Press-Pay-Six-Up einsetzen. Fug. Das ärgert mich. Screenshotte ich mal hier mit Time to clean my Bomb, I guess, das klingt lustig, der ist auch gut. So, I locked out at Level 7 and went to main menu and it says I'm Level 4 now, ja, das ist schlecht. We locked out Level 14 and it says we're Level 1, I'm scared, oh, das ist noch schlechter. Das ist natürlich noch schlechter. So, Christian schreibt mir nochmal, was sagt er denn? Dann machen wir mal kurz Pause. Oh, du, dann passt das ja vielleicht. So, wie gesagt, gut Ding will baden und wenn ich dann gebadet bin, dann schaue ich mal. Vielleicht ist es dann ja wirklich soweit erledigt. Dass ich dann richtig schön ins Bad kann. Äh, Online-Satz, diese Bad, Bad, Bad. Oh je. Ne, aber dass ich dann halt spielen kann. Schnetzelfix möchte seinem Namen gerecht werden, dem muss er sich noch verdienen. Den hat er jetzt erst mal pro Forma gekriegt von den Titel. Alles klar, ja, dann drücke ich die Daumen, dass das Spiel bis dahin wieder geht, weil ich bin jetzt auch sehr sauer. Nervt mich. Ey, Blizzard, das kannst du nicht bringen. So, 10 Minuten noch. Also in der Postbar vor 20 Minuten gehe ich mal hier beim Gecko reingucken. Am ersten Elfen, 8 Uhr in der Früh, mache ich halt dann die Auslösung, sprich ich schreibe das auch alles auf Zettelchen. Zieht man jetzt mal einen Furz. Ja, zieht es dann aus mit 8 Uhr in der Früh. Ich schreibe dann auch die Leute, die Gewinner an hier über den Ding, über Twitch. Ja, alles klar, Leech. Genau, das ist so der Plan, das ist so der Plan. Er spielt Animal Crossing, er hat natürlich keine Probleme. Ich will Animal Tournament spielen. Ja, so ungefähr geht es mir jetzt, aber ich will die Upload 2 Resurrected spielen. Wobei dieses Angry Kid hat danach echte übelste Probleme gehabt, ist jetzt auch voll der Schrank. Und es war nur eine Parodie. Viele haben echt gedacht, das ist hier voll ernst, was der da macht. Selbst ich als Kind habe gedacht, der ist einfach nur voll der Spast. Vielleicht ist er auch wirklich voll der Spast gewesen, man weiß es ja nicht. Allein auf eine Idee zu kommen, so ein Video zu machen damals. Aber er hat YouTube damals schon verstanden. Er hat ja damals sowas schon gemacht. Da war YouTube noch für andere Sachen da. Ey, ist das ärgerlich hier. Und was geht sonst bei dir so, Dave? Was läuft bei dir so? Also, ich überlege jetzt schon, ob ich jetzt hier mal kurz die Twitch-App öffne. Und hier, äh, ein Kekuloni muss mal reinknallen. Aber nein, wir probieren es weiter. Irgendwann muss es ja wieder gehen. Ist nicht wahr. Natürlich rechnet man nicht damit, dass die selber in die Knie gehen. Nein. Nur länger. Wird nicht gemacht. Mhm. Jetzt muss ich da mal den anderen reintun. Mir tut das auch schon weh. Wir wollen das. So. Damit ich auch meine Alerts höre. Schwupp. Und der kommt weg. Puh. Hab grad eben ne Runde Wrestling mit nem Kumpel geschaut und nebenbei Doom 2 gespielt. Du meinst, Filmscore gehe ich ne Runde durch Daymare 98. Okay. Äh, Doom 2. Das originale Doom 2. Oder meinst du Doom Infernal? Das ist jetzt die Frage, ne? So. Was sagt Coburt wieder? Aber ich muss jetzt hier hören. Ja, ne. Wirklich vor allem. Weil ich hab mich ja so gefreut, uns zusammen mit dir zu spielen, zu starten, beziehungsweise da mit rein zu joinen. Weil ich auch gerne mit dir zocke das meist. Und dann sowas. Ne. Und vor allem diese Trennung von offline und online. Das sollte eigentlich, finde ich nicht gut. Das müsste eigentlich so sein. Ich bin geil, welche Figur ich erstelle, dass ich sie offline und online nutzen kann. Das ist ein Käse. Also das ist wieder... Sorry, aber... Die sind ja bald sperriger als Nintendo. Und Nintendo ist teilweise echt sperrig. Ja, das stimme ich dir zu. Das originale Doom 2. Ah, okay. Eternal fetzt aber auch. Eternal ist mega geil. Also ich fand Doom 2016 damals schon geil. Aber Eternal hat ja... Mit Doom 2016 hat ja Eternal den Boden aufgewischt, finde ich. Das ist ja so mega geil, das Game. Und... Ich weiß noch damals, als Doom 2016 angekündigt worden ist. Auf der E3 damals. Und der erste Trailer lief. Oder ich hab mir instant dreimal in die Hosen gespritzt, weil das Game so geil ausgesehen hat. Boah! Und drei Ladungen waren das. Das waren drei riesen Ladungen. Die Hose war so nass. Ich bin direkt am Stuhl festgeklebt, Leute. Und ich bin immer fertig geworden. Ich kam da gar nicht drauf, klar. Aber... Aber das Spiel ist einfach mega. Eternal sowieso. Das ist so geil. Aber... Ich hab's nicht geschafft, den ersten DLC fertig zu spielen. Weil der ist ja so knackert schwer. Puff! Das originale Doom 2 hab ich übrigens auch auf der Xbox. Aber... Noch gar nicht gespielt. Das 1er glaub ich schon ein bisschen. Aber das 2er noch nicht. Aber während ich jetzt hier bin... Kann ich auch mal bei ihm auf der Xbox schauen, was er da... Ich glaub er hat bei ihm... Hat er sich den Farbenblindheitsmodus eingeschaltet. Das Spiel hat komisch ausgesehen vorher. So, mal hier wieder refreshen. Ob Blizzard wieder irgendwas... Was schreibt der jetzt? Soll ich jetzt nicht anhören, Gobert? Das ist 25 Minuten höher. Ah ja, genau. Diablo muss geupdatet werden. Dann machen wir das mal. Auf der zweiten Xbox. So. Das Spiel wird erstellt. Das dauert mir zu lang. 707 Megabyte. Ja, okay. Das ist ja gleich erledigt. Na komm Blizzard. Lass mich spielen. Na komm Blizzard. Lass mich spielen. Ja. Ist das ein schlechtes April-Fool wieder? Um den Server zu halten, 2 Stunden nachdem das Spiel veröffentlicht wird? So richtig. Jep. First time. Das ist gut. Heartcrash. Blizzard-Server jetzt noch. I'm tired, Boss. Ja, definitiv. Sorry. Ah. By the way, ich kann auch endlich Twitch-Affiliate werden. Aber ich muss davor noch ein paar Sachen erledigen, bevor ich den Vertrag unterschreiben werde. Ja, so ein Gewerbe anmelden und so. Ach ja. Muss ich auch noch anrufen. Komm Blizzard, mach hin. Ist mega ärgerlich. Tut mir leid, meine Zuschauer, dass ihr jetzt so einen Bildschirm anschauen dürft. Weil nichts zu über geht. Wir warten darauf, dass die Server wieder online kommen. Ich bin nebenbei im Twitter und liest also mit. Hat denn der Live-Ticker was Neues zum Sagen? Oh. Schauen wir mal hier. Was sagt der Live-Ticker? 19 Uhr, die Server werden für eine ungeplante Wartung heruntergefahren. Online-Spiele sind für die nächsten 30 Minuten nicht möglich. Wir sollten in der Zwischenzeit offline spielen können. Blizzard erklärt, dass ihr euch vor dem herunterfahren, wenn möglich, auslocken solltet. Ja. Habe ich nicht gemacht, weil ich die Nachricht nicht gesehen habe. So, das war um 19 Uhr. Wir haben es gleich halb. Ich will nicht offline spielen. Ich will nicht noch einen Charakter erstellen und nicht nochmal von vorne anfangen. Da habe ich jetzt einfach keinen Bock. Und euch dasselbe nochmal zeigen möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Das Assi. Ach ja. So fängt es gut an. So fängt es gut an. Dave, wie findest du Damir 1998? Ich habe es mir auf Steam geholt, habe es eine Stunde gespielt, habe es wieder deinstalliert. So viel von mir dazu zu diesem Spiel. Ich fand aber auch die Charaktere so sehr unsympathisch. Die haben auch alle scheiße ausgesehen. Also, die Leute, die kreiert haben, haben echt hässliche Menschen da kreiert. Finde ich. Das Spiel ist sehr mittelmäßig. Mittelmäßig ist er noch gut ausgedrückt, finde ich. Also, ich hätte das nicht so gut, so gnädig ausgedrückt, sage ich mal. Also, ich fand das schon echt schlecht. Ich fand es einfach nicht gut. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es nicht mal eine Stunde gespielt. Steuerung war weird. Die Figuren sahen hässlich aus. Also, wenn es richtige Menschen wären. Ich meine, sorry, die könnten da nichts dafür, weil man wird mit dem Gesicht geboren, mit dem man geboren wird. Aber die wären vorlässlich. Puh. Mal aktualisieren, ob da was neues kommt. Nö. Passt. Was? Ich habe auch die Farbe gespielt. Aber ich habe die Farbe gespielt. Du hast die Farbe gespielt. Du hast die Farbe gespielt. Die Farbe gespielt. Ich habe die Farbe gespielt. Ja, natürlich. Neugames haben solche Farbe. Ich weiß. Ich weiß. So, jetzt muss ich hier mal auf der zweiten Xbox noch gucken. Die Steuerung ist klobiger als bei einem Holzfäller und die Gesichter der Figuren erinnern mich an Team America und die Dialoge sind rotzedämlich. Erinnert mich eher an einen Razzie 2 Fanmod. Ja, aber ein schlechter Fanmod. Aber ich stimme deine Aussage zu 100% überein. So, 30 Minuten sind um, Blizzard. Ich will jetzt Diablo spielen. Muss ich da erstmal wieder komplett runter scrollen. Probier's jetzt einfach mal. Vielleicht kam einfach nur der Beater nicht hinterher. Echt. Echt. Echt, echt, echt. Das ist unglaublich. So. Äh, ah, naja. Ich würde mir hier mal eine bessere Hälfte auf Englisch stellen. Nicht Spanisch. Warte mal. Das könnte vielleicht sogar Chinesisch. Warte, Englisch, Portugiesisch. Sieht nach Japanisch aus. Ja, war das Chinesisch? Das sieht so japanisch aus. Lass das jetzt mal so stehen. Er kann mir dann schon sagen, ob das hier ist oder so nicht. Ist hier ein Update? Nein. Ich hab eine E-Mail. So. Du wurdest eingeladen am Affiliate-Programm vom Twitch teilzunehmen. Sehr gut. Du bist nun Affiliate von Twitch. Nein, bin ich noch nicht. Ich hab noch nicht unterschrieben. Das Affiliate-Programm von Twitch ermöglicht dir Einnahmen an deinem Twitch-Kanal. Ja, genau. Die wollten viele Anleihen an Resi machen, doch haben das sehr plump umgesetzt. Wenn ich da allein an die Tagebucheinträge denke, uff. Ja, ursprünglich war ja Daymare eigentlich ein inoffizielles Fan-Remake. Es hieß, glaube ich, Resident Evil 2 Reborn. Capcom hatte das vorher erst abgesegnet, beziehungsweise hat gar nichts dazu gesagt. Und dann haben sie sich ja entschieden, das Remake zu machen. Und dann haben sie gesagt, so, Jungs, hört bitte auf, das Spiel zu entwickeln. Wir machen ein eigenes. Haben aber die zu sich eingeladen und haben mit denen ein bisschen über das Remake und so geredet. Und vielleicht haben die auch welche da übernommen, die dann mit dran gewerkelt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die dann, ähm, Daymare draus gemacht. Soweit ich weiß. Ach ja. Immer noch nichts Neues. Ach ja. Ja, wenn das jetzt in der nächsten halben Stunde nichts wird. Oder eine Viertelstunde. Würde ich auch hier erstmal den Stream beenden und eventuell dann später nochmal starten. Eventuell. Stufe 6. War ich Stufe 6? Ich weiß es gar nicht. Oh, der Typ sieht schon groß aus. Ist das Chinese oder Japanese? Japanese. Ah, ich wusste es doch. Du vergisst? Die Charaktere. Das ist chinesisch traditionell. Das ist chinesisch. Du brauchst das. Ja. Ich mag das. Ja, dann hier, du hast es. Okay, endlich. Ja. Wie ich sag, ich warte auf Torment and Souls. Meinst du, ähm, auf Release oder oder bis du es spielst oder oder wie meinst du das? Ich bin ja schon. Ja, ich bin ja noch immer streamig. Ja, ich bin ja noch streamig. Ich bin ja noch streamig. Der Release für die PS4 soll ja im Dezember kommen. Ach so. Ja, weil Xbox hat jetzt schon seinen Release bekommen. Ich hab das Spiel schon. Ich wollte das Spiel auch streamen. Aber ich hab mich dann dagegen entschieden, weil, ähm, sag man mal, wenn man sich das Intro jetzt mit anschaut und so weiter und so fort, so nach drei, vier Minuten Titten zu sehen sind. Für, sag man mal, zwei Minuten. Das kommt auf Twitch nicht cool. Also hab ich mich dagegen entschieden. Ist nicht zu streamen. Ich hab vielleicht überlegt, dass für die Szene ich mir extra so einen schwarzen Kasten baue, den ich dann einblende, sobald die Titten-Szene kommt und sobald sie weg ist, den wieder ausblende. Äh, aber ich bin mir noch nicht sicher. Reingeschaut hab ich schon ins Spiel. Also kommen schon Resi-Vibes auf. Und von den Gegner kommen Silent Hill-Vibes auf. Kann ich schon, äh, soweit sagen. Grafik ist jetzt ja nicht gut und auch nicht schlecht. Ist okay, würde ich sagen, für so ein kleines Indie-Spiel. Ich nenn's jetzt mal Indie-Spiel. Puh. Spielen. Ich probier's einfach so lang, bis es geht. Ich bin wieder drin, muss ich gleich Kubot Bescheid sagen. Was hat der überhaupt noch geschrieben? Ah, jetzt schauen wir erst. Auf jeden Fall war das Intro-Video wieder richtig schön zu sehen, mit dieser Detailliertheit. Das sind ja komplett neue Intros auch bei Diablo. Also die haben alle Cutscenes neu gemacht. Und ich bin wieder drin. Also es scheint jetzt zu gehen. Mein Boy probiert's jetzt auch. Vielleicht funktioniert das bei ihm jetzt auch. Äh, ja. Er ist jetzt bei der Charakterstellung. Also ich werde jetzt weiterspielen. Viel geht wieder. Genau, würde ich sagen. Das heißt, ich bin jetzt also wieder weg vom Handy. Tüllü. Dann können wir endlich weitermachen. Juhu. Wenn Bleilo Streamen haben, die immer auf ihrem Stream Deck ein Toss-Bildschirm zum ausbilden. Ist bei sowas echt praktisch. Ja, ich hab kein Stream Deck. Ich mein, es gibt zwar eine App dafür, aber die hab ich bei mir noch nicht eingerichtet, weil meine Hände sowieso immer busy sind. Ich mach das hier immer manuell, äh, mit der Hand hier. Kann ich das ja auch reintürig einfügen. Aber wie gesagt, ich, 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 äh, bin mir noch nicht sicher, ob ich das so mach oder ob ich das Spiel einfach für mich alleine genieße. Ja? Aber jetzt machen wir hier erstmal weiter. Finally! Ja, und ich hatte den Boss fast vor uns. Das Stream Deck ist mir irgendwie, äh, auch zu teuer. Juhu. So. Gut. Ach nein, jetzt muss ich ja die ganze Map wieder aufdecken. Und jetzt ist es auch... anders. Stimmt mir, das ist ja random hier. So. Wir spielen. Und das ist das, alles was zählt. Was wir spielen können. Jetzt haben wir hier. Stirb. Hier habe ich mit Peter schon Gas zu kippen. Stirb. Oh, da ist irgendwo ein Stein getroppt. Und ein Ring, das ist auch schön. Das tippst auch. Und Schlüssel ist auch gut. So. 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 Nicht weglaufen. Kommt her, ich will doch nur spielen. Ich tue doch nichts. So. So. Ah. Ach so. Und wenn du die Wot dann rausnimmst. Ich glaube bei Horrors Alive hat man Euter gesehen. Da habe ich mal probehalber zum Spiel reingeschaut. Wie gesagt. Am Anfang kommt Titten vor. Das werden wahrscheinlich die Euter sein, die du gesehen hast. Gibt es ein Haus? Gibt es hier irgendwie was? Oh nein. Hier tue ich mir bloß weh. Aber hier gibt es nichts. Oder? Nein. Was kann er denn? Ein maximal Schaden. 18 Angriffswert. Was haben wir denn so ausgerüstet? 1 Stärke. 1 Maximalschaden. 20 Angriffswert. Ja. Ne. Guck mal. Ja, ja. Ich sit da jetzt. Also. Wenn ich streame, werde ich mir wahrscheinlich so einen schwarzen Balken machen. Den ich dann einfach mal reinknalle. Aber wenn, dann wird es auch wahrscheinlich nur in einem Random Stream spielen. Ich habe jetzt durch Diablo, habe ich jetzt vier Tage streamen. Und ich kann auch nicht jeden Tag. Also. Költen tue ich schon jeden Tag streamen. Aber. Ich glaube, da ist meine bessere Hälfte nicht so einverstanden, wenn ich das so oft mache. Da kackt er jetzt schon hin und wieder ab und zu rum. Heute auch so. War ihr Streaming? Sag ich ja. Diablo. Alter. War auch schon nicht so glücklich. Aber wenn er auch Diablo springen kann, ist er dann doch wieder glücklich. Wie sie halt so sind, ne? Wurfmesser. Da. 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 Ne, ne, ne. Er stirbt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Er kann nicht noch mehr tragen. Ja, warum denn nicht? Hörst du auf sie wieder zu beleben? Und du aber auch. Hat dir Spielclub gefallen? Ah, okay. Bin ich kurz erschrocken. PC-Sound. Das ist noch nix der. Wir sind überladen. Und dann gehen wir mal was verkaufen hier. Auf jeden Fall, äh, Tormented Souls scheint ein interessantes Spiel zu sein. Kann ich schon mal sagen. Von dem, was ich, äh, gesehen habe. Beziehungsweise bis jetzt gespielt habe. Sagen wir es mal so. Aber ich denke, vielleicht werde ich es auch einfach für mich alleine genießen. Ich tue mir mal weg. So. Ich tue mir mal weg. 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 So. Und das kann man so lassen. Huch. Ich drücke immer die falschen Knöpfe in so vielen Spielen. Ich fand es vom ersten Druck auch cool. Ja, also definitiv. Also für, für, für so ein Low-Budget-Spiel oder Indie-Spiel. Kommt das gut rüber. Sag ich jetzt mal. Was wollte ich denn hier aufheben? Ach, die Schuhe irgendwo. Irgendwo müssen Schuhe sein. Stiefel. Was könnt ihr? Nichts. Weg mit euch. Ansonsten kannst du es später ja immer noch streamen oder letzt eine zensierte Fassung auf YouTube hoch. Ja. Da hast du recht. Ist auch eine Möglichkeit. Dass ich es dann mit meinem Cut-Programm zensiere. Oh nein, da ist noch hier so ein Penners. Ich habe auch eigentlich ein Level Up. Aber ich muss jetzt nicht ganz weg, dass wir hier nicht machen. Stirb. Irgendwo ist noch so einer. Schauen da an. Schauen da an. Leg die einfach wieder. So. Sind noch irgendwo. Äh, da ist noch so ein Stein. Oh, der hat aber nichts. Na komm. Das kommt so cool. Oh, das sieht schon viel schöner aus. Leicht am anderen Tag. Oh, voll. Hörst du auf? Immer diese Wiederbelebungen hier. Das ist doch sowas. So. Was haben wir da? Das Gemüch der Welt scheint leichter zu sein. Ich kann nicht noch mehr tragen. Wir müssen wieder voll. Derische Reparatur nicht möglich. Halbbarkeit 7,7,3. Oh. Erhöht maximale Halbbarkeit. Zehn Prozent. Uh. Und ich habe noch einen Ring gefunden. Was kann der? Ach so. So einer ist das wieder. Damit. So. Jetzt müssen wir natürlich den Friedhof wieder suchen. Der war mal eigentlich hier oben. Aber dadurch, dass das Spiel natürlich neu gestartet ist, ist das alles wieder weg. Oh. Bischer. Pischiborch. Komm. Stirb. Oh, Mann. Oh, falsche. Krank. Stirb. 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 Ich bin überladen. Ich weiß, dass wir überladen sind. Einfach auf Stiefel. Den Mann hat er dran. Den nehmen wir mit. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Stirb. Und da ist noch so einer. Ja. Hier wird nichts wieder belebt. Den Schlüssel nehmen wir mit. So. Gut. Beile einfach auf Stiefel. So. Zack weg mit dir. Und zack weg mit dir. Oh. 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 Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich weiß das doch. Das ist was, was nervt. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Was wollte er hier? Genau. So. Gut. Ah. Wieso lebst du nicht wieder? Jetzt mal Rack nehmen wir mit. So. Wo geht's denn hier lang? Der Friedhof. Ah, da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn schon. Aber wir machen erst mal wieder die ganze Map hier. Ich hab sie einfach gerne aufgedeckt. Damit ich weiß, wie groß das Gebiet ist. Ich bin überladen. So. So. Hungriger Toter. Du isst mich nicht. Ach so, das geht nicht. Gold. So. Da ist nix. Da ist auch nix. Also für Tormented Souls. Auf jeden Fall muss ich definitiv. Zeit. Finden. Das ist real. Ich brauche Mana. Mana. Oh. Da könnte man eigentlich. Huch, fuck. Das haben wir ja gut bedient hier. Elf und zwölf. Stärke. Ah. Identifikation. Plus zehn Prozent schnellere Erholung nach Treffer. Boah, da ist eigentlich die Verteidigung besser. Na, du kommst weg. Oder wobei. Ist ja blau, ey. Warte mal. Warte mal, was kann denn die? Hat nur noch zwei davor. Zehn verbesserte Verteidigung. Was hab ich für eine? Zebzehn verbesserte Verteidigung. Alles klar. Ja, dann. Gehen wir doch mal weg. Holen uns auch noch, äh, neue Schriftrollen. Und wir checken ein bisschen was. Operieren. Zwölf Gold. Nein, nicht abwägen. Verkaufen. Das wird auch verkauft. Und der Ring wird auch verkauft. Und den brauche ich nicht. So. Den tun wir mal weg. Also. Wie viele rote Trinker haben wir? Zwo, vier. Da sind vier. Gut. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Blau. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ab. Weg. 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 Eins, zwei, eins, zwei, drei. Weg. Ab. Zack. Zack. Machen wir noch weg hier. Ja, ich glaube das sieht besser aus. Mal da hin. Dich mal da hin. Und dich tun wir auch da hin. Mal da hin. So. Ja. Jetzt noch ein paar Schriftrollen holen. Ja. Schriftrollen sind wichtig. Wie viele haben wir denn? Davon haben wir zwei und davon haben wir eine. Ja. Das ist die zum... Genau. So. Zwei, drei, vier. Drei, vier. Fünf, sechs. Fünf, sechs. Fünf, sechs. Fünf, acht. Jetzt habe ich... Neun. Zehn. Ne, müsste ich jetzt sechs haben. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Zehn. Und zehn. Sehr schön. Gut. Achso. Mein Portal ist hier unten. Uh. Achso. Die Möcke müssen wir wieder einschalten. Wir wollen ja auch was sehen. So. Den Friedhof hätten wir jetzt. Dann gehen wir doch glatt mal rein und versuchen den Gegner nochmal. So. Ja. Mann. Amulett. So. Gut, Rabe. Komm her jetzt. Die. Der kommt doch nicht weg. Der ist eingekesselt. Und jetzt ist er tot. Und eine Dornenkeule. Das sieht so cool aus. Das ist nicht so. So. Das wurde aktualisiert. Jetzt die Kasse drücken, um eure Belohnung zu erhalten. Ja. Noch nicht ganz. Wir haben hier noch... Word Dungeons normalerweise. Der war in die Linke da. Eigentlich müsste hier rechts noch irgendwo einer sein. Hier. Genau. Zum Mausoleum. Das machen wir doch glatt noch. Das machen wir doch glatt noch. Dann haben wir auch noch einen Pass, oder? Die Kette. Dornenkeule. Dornenkeule. Die heben wir natürlich auf. Falls ich mal irgendwann... ...einen... ...andern Char stelle. Dass ich... ...für den wenigstens gleich... ...ne Legendary habe. Stürb. Boah. Ein tolles Atendieren. Und noch ein bisschen Essen nach. Cool. Zack. 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 Oh. Ich bin überlaufen. Das mag ich nicht so, wenn die Dungeons immer so riesig sind Oder so verwinkelt Na gut Wir wollten das Spiel spielen Was da voll Bock drauf hat Also müssen wir da auch durch Durch riesige, verwinkelte Dungeons Ich hab auch noch ein Level Up Ich sollte vielleicht Mal das Level Up machen Da gehen wir mal auf 30 hoch Und den machen wir mal stärker Mein Golem Zack, zack, zack Ich bin überladen Oh Weg damit Ich bin überladen Guck auch weg So Ein Goldener, ne? Ja So Das sieht so cool aus, wie der die Fässer auftritt So Boom, 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 boom Hat GoBoot geschrieben Oh, danke Pupsi Ich suche gleich auch mal mein Glück Schauen wir mal Schauen wir mal Hat sich jetzt bei mir hier der Stream Achso, der läuft gar nicht auf Black Oh Ton Ist der Ton eigentlich gut? Ist der Ton eigentlich gut? Klingt so Klingt so Jetzt hab ich kurz gedacht Mein Stream ist irgendwie abgekappt Weil auf dem Telefon natürlich nichts mehr gelaufen Es ist ja klar, wenn ich den pausiert hab Dann läuft er natürlich nicht Schlechte Hand, Dax Braucht kein Mensch So So Gehen wir hier noch ein Dann gehen wir erst mal wieder zurück So Dann gehen wir mal zur Kiste Den können wir schon mal ablegen Den können wir auch ablegen So Gut Das tun wir alles jetzt mal kurz identifizieren Unser großer Zauberinventar Sieben Angriffswert Gut, was macht das da? Blitzwiderstand was 5 Gut, was ist das? Newville Das tun wir mal weg Ein paar Tränke tun wir auch wieder weg Ich hab auch schon wieder einen runtergeschmissen Hab ich gesehen Äh gehört Und das verkaufen wir Guten Abend So Weiter geht's Dann sammeln wir die anderen Sachen auf Ich denke Weißen Scheiß Lass sich liegen Im Plan Scheiß nehm ich mit Hab ich trotzdem wieder was Weißes aufgesammelt Na Weißen Scheiß Das war's Wir haben Wir haben Wir haben